Zu den ganz schweren Jungs, nämlich wir kommen zum Superschwergewicht. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von der Spedition Meier aus Selbstanhalt. Ich rufe in die rote Ecke zum Boxkampf Superschwergewicht über 3x3 Minuten Christoph Huch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der roten Ecke aus Marienheiner, der 24-Jährige, um 1,94 Meter große, 99,3 Kilogramm Schwerer, Christoph Huth! Er trainiert im Team Huth-Boxing, wird trainiert von Dejan Trago-Savac. Und er hat drei Kämpfe beschnitten, ein Sieg, ein Verloren, ein Unentschieden, aber herzlich willkommen in der roten Ecke Christoph Huth! In der blauen Ecke, meine sehr geehrten Damen und Herren, der 23 Jahre alte, 1,95 Meter große, 112 Kilogramm Schwerer, Aus Sanderstorf stammende und im Fight Club-Round trainierende Mick Kischler! Er wird trainiert von der roten Ecke Christoph Huth-Boxing, und meine sehr geehrten Damen und Herren, Das ist heute Abend sein Debüt! Noch einmal herzlich willkommen aus Bitterfeld vom Fight Club-Round, Mick Kischler! Der Kampfartgenreiter von Florian Hesse! Ochsen im Superschwergewicht über drei mal drei Minuten, der Kampfartgenreiter von Florian Hesse! Ring 5, so erst los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.